So, machen wir nochmal schnell die... Äh... Hä? Quickstack... Quickstack... Nein... Ja klar... So, das da rein... 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 Was sollte denn das denn sein... Da rein... Du geil... Bäh... Uu... Ist der Zuck... Kann ich aufnehmen... Knopf... So schnell weiter, ja es wird wohl nicht reichen, aber wo haben wir jetzt, wo haben wir jetzt gebaut? Doch nur bis da. Der hat doch einen ganz fein gelassen. Ja, den Mazda im Block. Oh, das war nicht der, sondern ich. Jetzt sind wir wieder einpacken, keine von den Schildkröten. So, den brauchen wir erstmal nicht mehr. So, das ist immer noch mal ein Vieh. So, weiter. Ja, die Hauptzeit davon verbringen wir in der Corruption. Mal irgendwie Tauenviecher. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch den Regen auch zusätzlich kommt, weil das auch noch als Nacht zählt. Ich muss ja unbedingt da runter springen nochmal, um da ein bisschen Kupfer einzusammeln. Ja, ganz viel liegt aufs Holz. Okay. Ah, schön, dass wir mal drüber geredet haben. Gleich mal einsortieren. Ja, machen wir mal schnell. Okay. Okay. Banner haben wir noch nicht. Aber Banner war noch. Banner war noch. Ach, die nicht hier? Ne, die habe ich noch unten versetzt. Aber die werde ich noch nicht. Nö. Da rein. Das ist Weihnachten. Da rein. Ich gehe mal davon aus, dass es Weihnachten ist. Das ist... So. Die Sterne können wir auch noch nicht mehr einsortieren. Meine fressen aber auch schon ganz viel davon. Jetzt habe ich natürlich alles einsortiert, auch das Material hier, da muss man es einfach mal holen, egal, so, das ist, hm, achso, Lightfoot, ja, hm, Access Service 2, so, das ist irgendwie Blöcke und Co, ja, da kommt da rein, äh, das müsste unter Monster Zeug sein und Monster Zeug ist tatsächlich voll, das ist auch so 99er Stacks, da ganz klasse, gut, tun wir das und da Monster Zeug 2 rein, gut, noch mehr Zeugs hier, ja, Newtroll, das ist Tyrael, gut, Weihnachtensbeleuchtung, Weihnachten erstmal hier, so, da und da, da und da, das ist mir nicht geplant, gucken wir gleich, was da drin ist, haben wir noch was da drin, eh, so, wo packen wir das noch rein, Material, hm, Achimie, ich pack's ins Monster Zeugs, ja, dafür ist es ja auch vorgesehen, So, Flupp, Monster-Zeugs. So, mal gucken, was der schon an Steuern kassiert hat, wenn wir hier ewig rumgemührt haben. Drei Gold, sechs Silber, schön, schön. Dann fangen wir gleich mal in die Sparsau. Kriegsdeck. Dann haben wir noch nicht ganz zwei. Platin wieder. Was hat der ein schönes? Haben wir schon, kurz, knapp. Amo Box, Katana. Hattei, ja. Nichts, was ich jetzt brauche. Und die teuren Sachen würde ich mir momentan besparen. Weil, wie. Glowing Mushroom Guy. Haben wir das schon? Ja, haben wir. Haben wir es auch schon mal angeguckt. Wenn nicht, ist mir auch gerade egal. Äh, so. Kabel will ich noch mal nach aufstoppen. Shop. Mal ein bisschen brauchen wir noch. Gut. Dann brauche ich noch die... Möbel und Deckel. Dekel, genau. Möbel und Deckel. Äh, so. Dann hatte ich... Lacktokohle. Lacktokohle. So. Dann haben wir das nicht so schnell noch mal passiert. Dann hatten wir das mal da rein. Das haben wir schon als... Äh, Favorit, wollte ich nur sagen. Als Freund markiert. Genau. Äh... Dann bin ich ja nicht bei Facebook. Ähm. Badstone Brickball. Nein. Falsch. Aber kann man eigentlich auch mitnehmen. Badstone Block suche ich. Da hatte ich noch... Ah ne, ne Quatsch. Badstone Brickball brauchen wir nicht. Brauchen nur die Blöcke. Dann bin ich ja. Nimm mal den Boden. Und so. Möbel mal das... Äh, ok. Stopp. Ist keine Lücke. Gut. Das war so. Ja. Das war klar. Wohin egal. Das riecht ich auch wieder ganz schön lange hier. Äh, wo hab ich den jetzt hingetan? Welcher Hotkey war's? Aber wenn ich den wegschmeißen... Oh! Gül. Das war Tee, ne? Ja. Können wir irgendwie mal ändern. Ah, und was? Das ist hier die frische Rohre. Whatever. Erstmal weiter. So, es hat aufgeregt zu regnen. Das ist doch schon mal am Anfang. Vielleicht gibt es dann irgendwie keine zigtausend Monster, die wir uns dazwischen funken. Das sehen wir dann ja. So. So, hier haben wir in der Luft gebaut. Und hier sind wir irgendwo verreckt. Zum Beispiel da. So. Abmountain. Genau. Abmountain. So. So, Settings. Web Controls. Nein, Controls. Throw. Nein. P. Escape geht noch. Gut. So, dann kommen wir nicht mehr. Versehen nicht da drauf. Da habe ich schon so oft was weggeschmissen und dann muss ich da irgendwie nach suchen. Aufnahmen unterbrechen muss ich ja das eine Mal auch. Oh, ich. Hier komme ich wieder nicht ran, oh what. Nö. Toll. Das ist mein Pad. Okay, whatever. Ja, bauen wir bis da oben hin. So. Das gleich schon weg. Können wir da oben weiter bauen. Ja, bei dem bauen wir schon jetzt in der zweiten Folge. Was den, ja, reinen Bau, will ich nicht unbedingt sagen. Kann sein, dass wir schon in der, muss ich halt wissen, wie ich das schneiden, würde ich sagen. Schneiden, schneiden, genau. Wie ich das schneiden, tun, mach. Wie ich das schneide, aber, ja, in der zweiten Folge. Oder fast schon beim Ende. Eine Stunde sollen wir schon aufnehmen insgesamt. Heile ich mich halt mal. Komm schon. Nächste. So, sagen wir mal. Das war auch, was auch da gefallen ist. Aua. So, wo ist jetzt da? Das. Aua. Genau der eine Spucker erwischt mich natürlich. Aua. Was ist das denn jetzt? Da, das Teil. Darf ich jetzt? Vielleicht mal so drei Sekunden oder so. Wie wär's damit? Nee, ist nicht drin. Äh, ho. Gll. Ah, echt gll. Ja, nehmen wir noch so einen Heiltrank. Kein mir auch so viel davon, dass wir die mal verschwenden können. So, komm raus. Nicht da irgendwo noch richtig herspringen. So, hab ich das jetzt geschafft, das da hinzutun. Ja, hab ich. Boah, das bring ich jetzt auch nicht hinterher. Na, man macht, dass ich leicht genervt bin. Aber gut, kein Wunder. Ja, soo. Eigentlich wollte ich die, die paar nur bauen, um das, den Boden für die Dschungelhütte, das fliege hier Porta-Hütte, zu machen tun. So, wenn wir jetzt da einen Block von fallen gelassen haben, ist mir jetzt auch scheißegal. Eigentlich könnte ich auch ein bisschen weiter runter bauen. Obwohl, ja, wenn wir das Pizzo-Kram weiter bauen. Und wenn es nicht regnet, dann ist es nacht. Oh, ich dachte, das wäre schon wieder so viel. Nein, der ist nacht. Meine Fresse, das ist auch schon wieder. Weiß ich, wie viele. So. Ja, toll. Jetzt würde ich da den Dings so ausnahmsweise mal hinterher springen, denn... ...dann schaffe ich natürlich richtig schön in das Teil rein. Das ist viel. Das ist natürlich jetzt echt gebracht. So, das war mein Pad. So, das ist Mitte der Nacht. Das ist nicht mein Pad gewesen. Das auch nicht. Das ist recht nicht. Ja, der trifft mich natürlich dreimal. Ja. Dann kommen wir nicht mehr. Also weiter. Moment, hat die Schalter schon noch einsortiert gehabt? Ja. Ja. Schalten. Ich glaube, es sind überhaupt Schalter da drin. Ja. Klasse. so ich mache jetzt mal folgendes so nein nicht runterschmeißen so und jetzt wieder portieren so das probiere ich gleich zu lassen wo ich den schalter eingemacht habe wahrscheinlich in der bastelkiste ja warum hast du so viele egal bevor wir ein quick stacken versehlich und so das und jetzt theoretisch klappt es sehr gut das war mein vieh was da von unten angestürzt kam kam genau kam der entlassen ist ja so ein bisschen wesens so wollen wir mal gucken ob da kein geschenk runter gefallen ist es nicht das war immer noch das vieh und nicht so weiter so hier ist es wieder von der höhe ein bisschen günstiger jetzt werden wir das gleich abbauen sooo ja ganz abbauen Oh Mann, ist hier hier nix. Triff mal, du Ink! Ach, das haben wir auch schon gehabt. Das war mein Vieh. Gut, dass er nicht weiter untergefallen ist, aber... Das habe ich jetzt in Scheiße gescheit. So, den Kopfschal, den Einzelnen stehe ich jetzt nicht hinterher. Da haben wir viele gekehlt. Die meisten sind wahrscheinlich hier. Wo wir jetzt dabei sind, da die Teleporter schräg zu bauen. Wo ist das denn da? So, ein bisschen Ruhe. Ob da jetzt ein... Geschenkwetter gefallen ist, habe ich jetzt nicht gesehen. Und ich spiele da jetzt auch nicht exzenteher, um es nachzuprüten. Das war mein Vieh. So, weiter geht's. Jetzt geht's ja... Geht's schon eh so weit runter. Ach, geh weg, meine Fresse. Jedes Mal, wenn ich das wechsel, springt irgendwas in mich rein. So, das ist immerhin Tare. Nein. Da geht's wieder ein Stück hoch. Längere Strecke, also mach ich. Das typische. Äh, ja. Wenn man das nicht sieht, dann sieht man es nicht. Äh. Hm. Ja, jetzt sammeln wir gleich einen. Taschen wieder voll, deswegen kann ich nicht mehr diesen einen Popeling einsammeln hier. Mein Vieh. Das geht sowas schon wieder los. So, Rotten Chunk, Frostbund behalte ich hier. Waste Banner, da müssen wir auch eins haben. Alter, was ist das? Achso, so ein... Dingens, das war mein Vieh. Dark Mummy Banner. Äh... Even Sand, Glob. Glob. Was ist das jetzt gebaut? Ja, habe ich.